Wir haben das Dwarven Settlement. Das ist schon mal sehr gut. So, wir haben den Gnomhovel, also Gnome auszubilden. Also, ich glaube, hier trifft die Windscreen auf taubere Ohren. Ein Unwopeneder. Ich würde mich nur freuen, wenn sie meine Ballistatowers jetzt bald mal aufbauen würden. Ganz ehrlich? Ich töte mal hier ein bisschen alles. Mehr Ballistatürme. Und wir machen mal einen Recall hier. Das war ein Level Fünfer, den können wir ersetzen. Es läuft einfach wieder nicht so gut, weil wir den... Wir kriegen den Witch King nicht tot und solange wir den nicht tot kriegen, stecken wir immerhin da scheiße fest. Hm. Hm. Weil die Spinnen, die überrennen uns an allen Stellen dadurch, dass der Witch King eben immer wieder frisches Spawns. Und sich niemand die Mühe macht, den Arsch tot zu machen. Hallo. Hallo, ich will die Flanen nicht removen. Ich will sie erhöhen. Da oben wird alles getötet, hier unten wird alles getötet. Ne, das klappt wieder nicht hier. Wir hatten wieder einfach zu viel Pech. Was den Witch King angeht. Was den Witch King angeht. Was die Dummheit der Helden angeht. Was das Entdecken der Gebiete angeht. Weil da kommt jetzt, ähm... Rongol, der Hunter. Was das so? An unwelcomed man. In the name of the Sovereign! In the name of the Sovereign! In the name of the Sovereign! Ja, wir werden hier grad von Spinnen überrannt. Tut mir leid, Kumpel, dich kann ich nicht heilen. Na um, ich wär's hier grad... Na um, ich wär's hier grad... ... und zu müssen, äh! ...und zu müssen, äh! I serve with pleasure. Das kriegen wir jetzt gerade alles tot irgendwie. Aber die spinnen, die spinnen. Da ist mein Level 50 Mage weg. Und damit bin ich am Arsch. Okay, restart. Nee. Ich sag ja, das klappt nur, wenn man es richtig macht. Also, wenn alles richtig klappt, besser gesagt. Ich serve with pleasure. Vor allem, wie sich mein Super-Teleporter-Magier direkt drum schert, dass da oben der Kampf des Jahrhunderts im Gange ist. Oh, dass sich mal irgendjemand Gedanken drum macht, dass da oben Battle ist. Your Majesty, our new building is complete. Your Majesty, our new building is complete. Genau. Geh erkunden, wollte ich sagen. Your Majesty, our new building is complete. Oh, danke, dass du dich mal erbarmst. Es klingt zwar so, als ob ich mich aufregen würde, aber in Wirklichkeit verzweifle ich bis ins Blut. Äh, nein, ich wollte hier eigentlich nichts. So, which King is da? So, which King is da? A building has been upgraded. Your Majesty, our new building is complete. So, ich würde mir jetzt mal wünschen... ...dass ihr erkunden gehen würdet. Your Majesty, our research in the Library is complete. Nein, nicht Weapon-Poisoning. Ach ja. Kommt, Unwoke, bilde dich noch aus. Du bist selber schuld, wenn du nicht das machst, wofür ich dich ausgebildet habe, nämlich zum Erkunden. Genau, geht erkunden, dafür seid ihr da, ihr Ranger. Nein, nicht um Healing Potions zu kaufen. Exploring, genau, Exploring, brav, ganz brav. Du weißt, dass du aus der Richtung kommst, oder? Ich serve mit Leisuer. Unwelcome, ich habe es. In the name of the Sovereign! Leave my goal alone. In the name of the Sovereign! A building has been upgraded! And der... Er erkundet, jetzt müsste er nur noch irgendwann mal was finden. Your Highness, our research in the Library is complete. Ich würde mich ja schon mal drüber freuen, wenn er als Erster... ...das Dwarfensettlement finden würde. Oh, der geht auch auf Erkundungstour. Sehr gut. Dass endlich mal zwei das hinkriegen, zu erkunden. Anderazak! Anderazak! Leave my gold alone. What's that sound? In the name of the Sovereign! Anderazak! Our research in the Library is complete. Sehr gut. Sovereign, your marketplace now serves you better. Wow, ihr seid hier unten am Erkunden und findet nichts. Das ist schön. Na gut, ich kann auch nicht erwarten, dass sie alles super duper finden. Sovereign, a building has been upgraded. Soon you will face the final Oblivion. Sovereign, warst du... The house in the front fight. I'm melting! What's that sound? In the name of the Sovereign! Am derazak! Hm. Genau, sie greifen meine noch nicht fertigen Garthäuser an. Das ist nicht schön. In the name of the Sovereign. What's that sound? In the name of the Sovereign. Hm. In the name of the Sovereign. Your Majesty, a new building is complete. What's that sound? Your Majesty, a new building is complete. Abzorazak. Your Highness, our research in the Library is complete. Your Highness, we've improved the Garthouse. Schön, dass ihr das gemacht habt. Your Highness, we've improved the Garthouse. Majesty, a newly discovered outpost has agreed to join your kingdom. Majesty, a newly discovered outpost has agreed to join your kingdom. So, die drei nehme ich mal aus der Steuer- und aus der Reparaturliste raus. Und so Larry, die mir ein bisschen beim Erforschen helfen könnten, vielleicht. So, gebe ich denen mal Speed, dass sie schneller erkunden. Und es geht los. Sie sind da. Your Highness, we've improved the Garthouse. Your Highness, we've improved the Garthouse. I serve with pleasure.